Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin extrem gespannt, denn ich habe euch neulich bei Instagram schon gesagt, dass ich mir ein richtig dickes Paket bei Kaya bestellt habe. Who the is Kaya? Was kann Kaya? Wer ist überhaupt diese ganze Beauty-Brand? Wer steckt dahinter? Und was können die Produkte vor allen Dingen? Das werden wir heute herausfinden, denn ich habe in den letzten Wochen vermehrt Werbung von deutschen Influencerinnen gesehen und ich dachte mir, okay, dem möchte ich natürlich so ein bisschen auf den Grund gehen. Ich habe ein Full-Face-Make-up bei Kaya bestellt und das werden wir jetzt gleich testen. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Vielleicht habt ihr ja auch schon Erfahrungen mit den Produkten gemacht. Dann schreibt doch gerne eure Favoriten, eure liebsten Produkte einmal in die Kommentare, sodass ich und andere Teile aus der Community so eine kleine erweiterte Review haben. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch direkt mit dem Video. Es ist Samstag, es ist früh. Ich war beim Friseur. Ich habe ja jetzt wirklich lange nicht mehr meine Haare gezeigt. I'm back. Ich hatte so lange auf dem Friseur-Termin warten müssen, dass ich gedacht habe, komm, Mütze regelt. Ich muss mich, glaube ich, erst mal dran gewöhnen. Ich weiß nicht, ob ihr Kaya kennt. Ich nicht. Und ich starte einfach mal mit dem ersten Produkt. Ich muss sagen, ich habe echt viel Geld da gelassen. Es gab zwar irgendeinen coolen Rabattcode, damit habe ich, glaube ich, 20% gespart oder so. Aber die Sachen sind gar nicht so billig, wie ich gedacht habe. Und wir starten mit dem Red Carpet Primer, ein Glow Primer. Das Packaging finde ich spannend. Das erinnert mich so ein bisschen an Drunk Elephant. Aber, und das ist ganz verrückt, manche Sachen fühlen sich extrem hochwertig an, andere wiederum ein bisschen cheap. Völlig egal. Wir bewerten das Produkt an sich. Es kommt in einem Pumpspender, in einem Airless Container. Das heißt, ihr habt keinen direkten Kontakt mit dem Produkt. Und das Ganze hat so eine goldene Basis. Und den trage ich mir erst mal auf. Ich kann jetzt auch keinen Duft wahrnehmen. Und ich sehe aber sofort Glow auf der Haut. Das ist so ein leichter, metallischer Glow. Ich mag sowas ja immer ganz gerne. Und einige Zuschauerinnen hatten mir auch geschrieben, dass das deren Liebster Primer ist. Und ich vertraue euch Mäusen sehr, sehr stark. Also er hinterlässt Tatsache ein sehr frisches Gefühl auf der Haut. Und ein schönes, reflektierendes Gefühl. Nicht zu stark. Ich habe natürlich auch schon meine eigene Grundierung benutzt. Aber das finde ich gar nicht schlecht. Finde ich gut. Finde ich schön. Ja, First Impression. Gefällt mir Tatsache ganz gut. Hinterlässt einen wirklich schönen, frischen Glow. Ich weiß, dass viele Mäuse von euch ja auch noch Team Günstmaus sind. Und deswegen freue ich mich, dass dieses Video auch in Zusammenarbeit mit Igral entsteht. Vielleicht kennt ihr Igral schon. Ich habe mit denen ja auch schon zusammengearbeitet. Und muss sagen, dass ich mit Igral schon viel, viel Geld gespart habe. Igral ist ein Cashback-Anbieter, der mit über 1800 Partnerseiten zusammenarbeitet. Und euch dafür belohnt, dass ihr mit Igral shoppt. Und ihr seht es auch schon. Ich habe auch schon einiges mit Igral gespart. Denn ihr werdet dafür belohnt, dass ihr mit Igral über auf euren liebsten Website shoppt. Beispielsweise nutze ich Igral total gerne bei Douglas. Denn das Beste ist, ihr kriegt nicht irgendwelche Punkte gut geschrieben, sondern ihr kriegt bares Geld gut geschrieben. Und zur Black Week gibt es für euch ein kleines Angebot, was ich gerne mit euch teilen würde. Üblicherweise ist das Startguthaben 5 Euro. Zur Black Week darf ich euch aber 15 Euro Startguthaben mitgeben bei eurer Anmeldung bei Igral. Ab 20 Euro wird euch auch der Cashback schon ausgezahlt. Das heißt, ihr könnt wirklich bares Geld zurückbekommen. Einfach beispielsweise über PayPal. Und das Ganze funktioniert wirklich super einfach. Ihr könnt euch einfach registrieren bei Igral. Dann gibt es so ein Plugin für euren Webbrowser. Oder es gibt auch eine Telefon-App, mit der ihr wirklich ganz einfach auf die Websites gehen könnt. Cashback wird aktiviert. Und ihr könnt sogar das Ganze mit Wuchang-Codes kombinieren. Das heißt, ihr spart nicht nur mit dem Cashback, sondern ihr spart natürlich auch mit den Rabatt-Codes. Und so könnt ihr wirklich bares Geld sparen, ohne dass ihr Mehrkosten habt. Wie funktioniert das Ganze? Igral arbeitet mit über 1800 Partnershops zusammen. Und sie zahlen Igral, dass sie auf der Igral-Seite platziert werden. Und so können sich natürlich mehr Leute auf die Webseite gehen. Und Igral zahlt den Großteil der Vermittlungsprovisionen an euch wieder aus. Und so kriegt ihr dann das Geld zurück, ohne irgendwelche Punkte zu sammeln, die man eh nicht einlöst. Ich habe mir tatsächlich auch schon was bei Igral auszahlen lassen. Und ich finde, das macht dann auch wirklich Spaß, wenn man wirklich sieht, dass etwas zurückkommt. Zur Black Week gibt es natürlich viele, viele tolle Angebote, die ihr auch nutzen könnt. Ich verlinke euch Igral einmal unten in der Infobox. Schaut da also gerne einmal vorbei. Nutzt die Chance. Es gibt wirklich unzählige Partnershops für Technik, für Beauty, für Baby, für Kind, für Reisen, für Mode. Oder was ich zum Beispiel gerne mache, ist, ich nutze Igral auch, wenn ich mit der Bahn fahre und kann so den Bahnpreis immer noch so ein bisschen drücken. Ich bin gespannt, was ihr zu Igral sagt. Schaut also unbedingt gerne vorbei. Probiert es aus und denkt daran, euch in kurzer Zeit anzumelden. Denn nur zur Black Week gibt es ein Startguthaben von 15 anstelle von 5 Euro. Ab 20 Euro könnt ihr euch das Ganze auszahlen lassen. Ich bin super gespannt auf euer Feedback und wo ihr Igral nutzt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Geld sparen. Okay, Freunde, der Glow ist drauf und ich habe, ja, wirklich ein Full-Face-Make-up gekauft. Unter anderem auch die It's Iconic-Foundation. Liquid Silk Foundation, Hyaluronsäure und Vitamin C ist hier mit drin. Das Ganze kommt im Glasflakon. Ich habe jetzt die Farbe 3C. Ich muss sagen, online konnte man echt gut die Farbe bestimmen. Also die Swatches sahen sehr, sehr gut aus. Ihr kennt ja auch meinen kleinen Trick mit dem Foto bei Instagram machen und dann die Farbe auswählen und das dann so ein bisschen abgleichen. Habe ich auch gemacht und ich muss auch sagen, dass die Farbe sehr, sehr gut passt. Glasflakon, Pumpspender und hier ist wie so eine kleine Kugel mit drin, die dafür sorgt, dass das Produkt immer schön durchmischt wird. Wir probieren das Ganze jetzt mal aus. Ist recht flüssig und ich nehme mal Foundation Brush. Sie sieht jetzt ein bisschen dunkel aus, aber wir geben unser Bestes. Ich kann auch hier keinen extra Duft wahrnehmen, aber die Farbe sieht gar nicht schlecht aus. Ist vielleicht ein bisschen dunkel. Ich habe aber auch die letzten Tage sehr, sehr, sehr viele Actives benutzt. Retinol und alles Mögliche, um meine Haut einfach schön frisch zu machen. Oh, sie ist sehr, sehr flüssig. Sie erinnert mich so ein bisschen an die Rival Lasmi Rival de Lupe Hyaluron Foundation. Sehr leicht, aber sie lässt sich extrem easy einblenden. Also ihr seht das, farblich passt es gar nicht so schlecht. Ich hole euch mal ein Stückchen heran, weil das war flott. Jetzt könnt ihr das Ganze auch noch mal sehen. Ja, also der Primer, da habe ich zu viel benutzt. Der setzt sich hier so ein bisschen im Bart ab. Das ist aber ein Problem, was ich habe, immer bei Produkten mit Schimmer drin oder mit starkem Schimmer drin, die verdunsten oder in die Haut einziehen, dass sich vieles so ein bisschen im Bart absetzt. Die Foundation, das ging jetzt wirklich überraschend schnell, muss ich sagen. Also ich habe ja jetzt hier nicht mal mit einem Schwamm eingeblendet. Farblich finde ich sie auch gar nicht schlecht. Sie fühlt sich sehr, sehr leicht an. Man kriegt einen guten Pumpspenderball raus. Und wir machen das Ganze jetzt noch mal ohne Schnitt. Drei, zwei, eins. Einfach mit dem Brush hier so ein bisschen eintupfen. Und dann ist das Ganze super, super ebenmäßig. Ich meine, ihr kennt ja, wie, oder ihr wisst, wie viel Zeit ich damit verbringe, um meine Foundation einzublenden. Mhm. Das war wirklich flott. Ich kann natürlich jetzt keinen Langzeittest zu dieser Foundation machen. Wenn ihr wollt, mache ich das aber noch mal in einem separaten Video oder vielleicht in einem Instagram-Reel oder in einem TikTok. First Impression gefällt mir ganz gut. Ich gehe jetzt dennoch mal mit einem Beauty-Schwamm einmal noch mal rüber, um alles wirklich in die Haut einzubaffen. Sie ist nicht so extrem glowy. Sie ist so ein bisschen semi-matt. Sie erinnert mich jetzt aber ein Stückchen mehr vom Finish, Tatsache, an die La Mer Foundation. Ihr seht das. Ich habe sie fast aufgebraucht. Einfach natürlich, weil sie a, schweinenteuer ist. Wirklich schweinenteuer. Aber sie ist sehr gut. Ich finde sie sehr, sehr hübsch auf der Haut. Und das ist die erste Foundation, die wirklich perfekt zu meiner Hautfarbe passt. Wirklich perfekt. Also egal, ob Tageslicht, Künstlich, sie ist perfekt. Und das ist der einzige Grund, warum ich die benutze. Und weil sie natürlich auch hübsch auf der Haut ist. Vom Finish her erinnert sie mich aber Tatsache sehr, sehr stark jetzt hier auch an die Kaya Foundation beziehungsweise Vice Versa. Finde ich jetzt erstmal gar nicht schlecht. Der Kraft ist okay. Wir schauen mal, wie das Gesamtergebnis wird. Der Primer hat mich jetzt Tatsache so ein bisschen rausgeworfen, weil ich einfach viel zu viel davon benutzt habe. Und der sich so ein bisschen im Bart abgesetzt hat. Das Allgemeinbild ist jetzt aber schön. Es gab natürlich auch Concealer. Und da habe ich die Farbe 3N. Foundation war 3C. Concealer war 3N. Der ist damit ein bisschen neutraler. Auch hier. Ich glaube, das ist kein Glas. Aber es fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Also das könnte auch Chanel oder Dior Qualität sein vom Gewicht her. Ein klassisches Concealer Füßchen. Und ich trage mir den mal auf. Ja, der ist sehr neutral. Ich mag ja eher mittlerweile diese großen Füßchen, weil er einfach viel mehr bei rumkommt oder rauskommt. Und so viel heller ist der jetzt auch gar nicht. Also er ist ja in derselben Farbkategorie, nur in einer anderen Untertonrichtung. Und auch den blinde ich mir jetzt erstmal auf der einen Seite aus, dass ihr einen Unterschied sehen könnt. Ja, Deckkraft ist okay. Ich würde tatsache noch ein bisschen mehr benutzen. Was mich stört, aber das ist persönliches Empfinden. Das Füßchen ist mir ein bisschen klein. Und der Stöpsel nimmt zu viel Produkt wieder weg. Ich mache meistens den Stöpsel raus. Dann ist aber natürlich immer sehr, sehr viel Verlust dran, weil ihr dann hier alles an diesem Stäbchen dran habt. Und das dann nicht mehr so sauber und ordentlich aussieht. Deswegen, ich baue mir das Ganze jetzt mal auf und lasse das auch einen Moment antrocknen. Dadurch kann ich ein bisschen mehr Deckkraft erreichen. Ich bin jetzt bestimmt 20 Mal hier reingegangen. Also, ich glaube, ich finde, die Ästhetik von Kaya, die Instagram-Asthetik oder die Marken-Visuals, so wie die Marke sich gibt, ist sehr clean girl-like, sehr reduziert, sehr glowy, sehr frisch, sehr jung, sehr, ja, so Instagram-able. Das sieht man auch an den Produkten, ne? Wenn man sich so die Farben anschaut, das ist alles so Baby Blush und Baby Pink und sehr, sehr cute. Finde ich der Sache sehr, sehr schön. Wir lassen den jetzt mal wirklich kurz an den Augen antrocknen und benutzen ein Produkt, auf das ich am aller, aller schärfsten war. Das habe ich überall gesehen und das fand ich super spannend. Das ist ein Bronzer, der Kaya Gold Coast Bronzer, der so ein sehr spannendes, es ist so eine Mischung aus Creme und Puder-Produkt, würde ich fast sagen. Ein sehr, sehr schönes Pressing und das habe ich wirklich überall bei Instagram gesehen. Also, wo du hinguckst, hast du dieses Schätzchen hier gesehen und dafür benutze ich so einen mittleren Brush. Der ist nicht Puder-Pinsel, der ist aber auch nicht Creme-Pinsel. Er hat so einen leichten Glow mit drin, würde ich jetzt mal sagen. Ich nehme jetzt erstmal ein bisschen und tupfe mir den hier auf. Oh ja, okay, jetzt kommt er. Ich habe ja, und ich werde da so oft nachgefragt, ob ich einen Cream-Bronzer empfehlen kann, und ich habe tatsächlich wirklich nur einen, den ich aktiv im Moment benutze, das ist der von Charlotte Tilbury. Der ist extrem groß. Da sind 21 Gramm mit drin, beim Kaya-Bronzer sind 10 Gramm mit drin, also der ist doppelt so groß. Der ist aber auch echt teuer, aber schön. Der könnte eine gute Alternative sein, weil du hier wirklich kaum Produkt brauchst. Also, du siehst schon so einen Farbeffekt auf der Haut und die Textur ist ganz spannend. Also, da haben die Instagram-Mäuse wirklich nicht zu viel versprochen. Der hat so einen leichten, ganz reduzierten Glow und ich glaube, wenn ihr keine Foundation benutzt, oder auch wenn ihr Foundation benutzt, ist das ein richtig schönes Produkt. Der hinterlässt nicht zusätzlich so eine pudrige Schicht auf der Haut. Also, das ist ja oft, oder viele haben das Problem, dass sie das Gefühl haben, je mehr Produkt sie benutzen, desto unschöner sieht das Ergebnis aus. Hier hast du nicht den Eindruck, dass du extra Produkt genutzt hast. Weißt du, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Das ist schon ganz okay. Ich blende jetzt nochmal den Concealer aus und habe jetzt dann auch die Deckkraft erreicht, die ich gerne hätte. She's a sun-kissed queen. Finde ich schön. Es gibt, ähnlich wie den Bronzer, auch noch einen Blush. Da habe ich mich für die Farbe Wild Strawberry entschieden. Der sieht einmal so aus. Ich nehme jetzt hier einen Fenty-Brush und gehe da mal mit rein. Wobei, ist das ein Puder? Ich kann es nicht so deuten. Das ist jetzt ein Puder. Hm. Ich gehe jetzt einfach mal mit rüber. Komm, egal. Auch schön. Der ist recht pinky und damit fixiere ich gleich so ein bisschen den Bereich, sodass ich weniger Puderprodukte von anderen brauche. Ich mag es. Ich mag diese Bronzer-Kombination gerade sehr, 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 sehr gerne. Was sagen wir? Also der Bronzer hat mich tatsache gerade wirklich am meisten überzeugt, weil er sich sehr, sehr ebenmäßig verteilen ließ. Und gerade bei meiner sehr plakativen Störung im wahrsten Sinne des Wortes ist der gar nicht schlecht. Ich kann die Textur wirklich nicht deuten. Das ist Cream to Powder ist es nicht. Es ist aber auch nicht nur Cream. Es ist wirklich irgendwas dazwischen. Den kann ich mir auch übrigens sehr, sehr gut als Lidschatten vorstellen. Wir haben aber noch einen Puder. Und das ist das Loose Setting Powder. Ich glaube, da habe ich mich in der Farbe vertan. Auch hier Packaging sehr, 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 sehr hochwertig. wieder keine unnötige Puderquaste mit drin, die wir eh nicht nutzen. Okay, es ist sehr, 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 sehr gelb. Ich probiere es erst mal aus. Es fühlt sich sehr leicht an. Ich nehme mal einen Microfiber Multi-Tool Mini. Auf die Gefahr, dass wir es jetzt versauen mit dem Puder und der Farbe, arbeite ich erst in meiner Hand ein und dann... Ja, es... Oh nein, oh nein, 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 nein. Okay. Äh, Simpsons Alarm. Achtung, viel zu gelb. Das nehme ich nicht weiter, sonst wird es unfair. Das kennen wir schon, das Spiel, und dann bin ich wieder unzufrieden und dann ist es doof. Deswegen nehme ich jetzt ein anderes. Schade, man. Aber online sah das echt passender aus. Wir lassen das Puder mal kurz ein, zwei Minuten drauf. Ich nehme es dann runter und dann geht es weiter. Alright, die Base ist einmal wieder so ein bisschen aufgefrischt. Also Tatsache, gefällt mir das Puder auch unabhängig von der Farbe nicht, weil man sieht, dass es hier einfach so ein bisschen crusty geworden ist. Was wir jetzt mal machen, um es vielleicht so ein bisschen zu retten, ist, wir nehmen das That Dewy Look Glow Setting Spray. Hier sind 100ml mit drin. Made in Italy. Und das sprühen wir jetzt mal auf. Riecht sehr gut. Nicht zu doll. Gleichmäßiger Sprühnebel. Lassen wir kurz drauf. Falls ihr Kaya nicht kennt, Kaya ist eine Influencerin. Sie heißt eigentlich Bianca Ingrosso. Das ist eine schwedische Influencerin. Sehr, sehr schöne Frau. Wundervolle Businessfrau. Finde ich super, super spannend. Und die hat echt, ich vermute, mithilfe von irgendeiner anderen Brand ein Imperium geschaffen. Also die haben ja wirklich so viele Produkte. Die haben Make-up, die haben Skincare, die haben Haarpflege jetzt ganz nur rausgebracht. Ich habe tatsächlich noch nie mit denen zusammengearbeitet. Ich bin echt gespannt, wie Kaya sich weiterentwickelt in Deutschland. Weil jetzt sehe ich so nach und nach mehr Influencerinnen, die das benutzen. Es gab noch die erste Influencer-Collabor mit Kaya und einer deutschen Influencerin. Chiranya heißt sie. Mein Woman-Crush überhaupt. Also da, puh, wow, krasse Frau. Die hat eine Kollektion mit denen rausgebracht. Auch sehr, sehr hübsch. Habe ich aber nicht gekauft, weil irgendwie, da kam gerade meine raus und dann hat das zeitlich nicht mehr gepasst. Overall, gefällt mir das Gesicht gerade sehr, 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 sehr gut. Es hat sich alles schön verbunden, abhängig, unabhängig von dem Puder. Das, äh, schreibt mir, wenn ihr es haben wollt bei Instagram. Ich liebe das Setting-Spray gerade. Ich liebe die Kombination aus diesem Blush und Bronzer. Wow! Ich will mir heute erst mal was auf die Lippen geben und dafür benutze ich den Lip Liner in der Farbe Sonoran. Das ist ein sehr, sehr schönes Braun. Was ich ganz gut fand auf der Webseite, ist vielleicht ganz spannend für euch, man kann auch Sets selbst zusammenstellen, ne? Also es ist ja dann immer günstiger. Beispielsweise habe ich Foundation und Concealer und Puder in einem Set gekauft. Das war dann zusammen günstiger, als wenn man es einzeln kauft. Du kannst ja dann auch die Farben aussuchen. Genauso wie bei den Lippen, glaube ich. Ich benutze jetzt mal die Farbe Sonoran. Ein heller Kakaoton. Und da drüber nehmen wir jetzt den Lippenstift, den es ja in diesem Set dann gab, in der Farbe No Drama, glaube ich. Ein sehr, sehr schöner heller Pinky-Newton. Ich glaube, der ist so ein bisschen matt. Super matt Series. Ja, da hätte ich, glaube ich, einen dunkleren Lip Liner jetzt gebraucht für. Fühlt sich aber noch ganz gut an. Wir lassen ihn mal ein bisschen antrocknen und wir kommen zur Lidschattenpalette. Und da bin ich wirklich sehr gespannt. Kaya Inspiration Palette. Da muss ich sagen, da waren die Preise echt ganz schön happig. Und jetzt, wenn ich sie sehe, also das ist ganz verrückt, weil Concealer, Puder und so manche Sachen fühlen sich richtig, richtig hochwertig an. Und dann kommt die Lidschattenpalette und da passen die Fändchen nicht mal richtig in die Verpackung. Ist egal, kann ich natürlich drüber hinwegsehen. Aber farblich ist das alles sehr reduziert. Also da war jetzt keine lila oder grüne Palette. Das war schon dieses Instagramable super clean. Und die testen wir jetzt. Wie gesagt, Base haut mich wahnsinnig um gerade. Ich liebe den frischen Glows. Ist alles sehr natürlich, alles sehr clean. Lippen. Also der Lippenstift war toll, der Liner ist mir nicht dunkel genug gewesen. Das ist meine Schuld. Ich nehme jetzt meinen fluffigen Blendepinsel und gehe in die Farbe Focus. Das ist so ein Transition Shade Tone. Das wird jetzt ein Basic Look, Freunde. Also richtig, richtig Basic. Und den setze ich mich hier in die Lidfalter. Schöne Farbe. Stopp, ich will was ausprobieren. Sonst ärgere ich mich, dass ich es nicht gemacht habe. Ich will den Bronzer auf der anderen Seite benutzen als Lidschatten. Ja. Okay. Das liebe ich sehr. Das ist eine ganz verrückte Textur. Ich kann das nicht erklären. Das ist nicht so wie der Charlie Tilbury. Der ist ja wirklich creamy. Das ist so semi creamy und sehr sehr weich. Also du kannst ihn ja super super easy ausblenden. Sieht jetzt auch sehr ähnlich zu dem anderen aus. Das war jetzt einfach nur mein Versuch für mich. Gerade um das zu testen. Wir verdunkeln das Ganze mit der Farbe Gold hier und setzen uns das hier außen hin und blenden uns das so ein bisschen ein. Also ich muss sagen, das ist eine sehr gute Qualität vom Lidschatten. Auf jeden Fall. aber ist halt basic. Also basic, basiger, basiger geht es nicht. Ist aber in Ordnung. Also ich mag das ja auch. Muss ja ehrlich sein. Ich will jetzt hier nicht wäschen, weil sich langweilig ist. Ich meine, ich habe es ja selber ausgesucht. Ich nehme jetzt meinen Finger, gehe in die Farbe Confidence. Sehr cremig fühlt sich der an. Gebe den einfach hier so ein bisschen mit drauf. Schnappe mir einen flachen synthetischen Pinsel und gehe hier in die Farbe Dream und ziehe mir damit die Cut Crease. Ja. Nice. Okay. Alright, Freunde. Das ist der fertige Look. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen dunkleren Lip Liner benutzt, einfach um mehr Kontrast zu haben. Ja. Ich finde es ziemlich gut gerade. Ich möchte noch ein bisschen mehr Blush haben. Ich muss sagen, die Texturen sind sehr, sehr gut. Also von den Puderprodukten, auch von den Creamprodukten. Foundation gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Muss ich sagen. Ich werde sie noch mal länger testen. Hier war jetzt kein Flop dabei. Ich glaube, dass das wirklich eine Marke ist, zu der ich wieder greifen würde und auch jetzt gleich noch mal auf der Webseite schaue, ob ich irgendwas gefunden habe, was ich übersehen habe. Puder? Ja, okay. Falsche Farbe. Ich glaube, auch die Textur ist nicht so meins. Da bin ich aber auch sehr, sehr verwöhnt von meinem eigenen. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu Kaya sagt. Hier war nichts dabei, wo ich sage, meh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Sachen zu benutzen und ich habe mich halt auch darauf gefreut und konnte es kaum abwarten, die Sachen zu kaufen. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Kleine Erinnerung für euch, schaut unbedingt bei Egral vorbei. Dort kriegt ihr jetzt passend zur Black Week noch 15 Euro Startguthaben. Anstelle von 5, da könnt ihr bei über 1800 Partner Shops eine Menge bares Geld sparen und es euch wieder ausbezahlen lassen. Also registriert euch gerne bei Egral. Alle Informationen sind unten für euch in der Infobox verlinkt. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und freue mich, wenn ihr das nächste Mal mit einschaltet. Bis zum nächsten Mal.